Ich bin bereit, Junge! 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 Unverschlauch! Ihr habt mich befreit. Wer hat dir das angetan? Ich erinnere mich nur an Schmerz und meine Königin. Sie hat mich hier eingesperrt. Aber warum? Ah, Sigrun. Ich muss jetzt gehen. Ich muss sie finden. Ich muss mich erinnern. Deine Königin steckt tatsächlich dahinter, Kopf. Ja, als ich sie zuletzt sah, war sie anders als Penny. Und nicht nur, weil sie körperliche Gestalt hatte. Sie war unberechenbar. Aber sie... Ich versuchte mit ihr zu reden, aber sie wollte nur die Furze. Ich dachte nicht. Tut mir leid, Mimir. Wir finden sie. Sie will bestimmt nicht die Furze. Ich begreife nur nicht, wie sie das tun konnte. Es ergibt nicht den geringsten Sinn. Und wenn sie dahinter steckt? Dann müssen wir sie aufhalten. Die Walküren müssen befreit werden. Und nur wir...